Warum ist das? Ihr seid das. Ich bin süß. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Ich habe mir jetzt nicht selber ein Kompliment gemacht. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe mir jetzt nicht selber ein eigenes Kompliment gegeben. Lass mich nicht drüber reden, okay? Jörg, schreibt mir übrigens auf Twitch und Instagram folgen. Ich stimm mich jeden Tag. 31, 32, 34, 35, 36, 37... Warum jetzt 37? Fuck this way! Und auf Instagram seht ihr Daily Stories. Und wir sehen uns dann im Video. Halt an Peter Barlow, let's go. Simon, du müsstest gesehen haben, Chef Strobel ist in den Reaktor gewendet. Simon, wenn du deine Augen einmal offen hattest und du einmal drauf Gas hast. Ich habe es leider nicht gesehen, aber ich habe eine andere Frage. Ich habe es leider nicht gesehen, aber ich habe eine andere Frage. Wo ich auch Chef Strobel verdächtigt habe. Warte. Warum? Hast du gerade gesagt, Chef Strobel ist gewendet? Nee, das war Danny. Danny, sorry. Aber warum? Bro, du verwechselst uns immer. Ich habe Reaktor ausgemacht, aber... Ja, und du bist dann gewendet. Du bist gerade in Svent reingedippt. Ich habe es mit einer Eingung gesehen. Keine Ahnung, da will ich jetzt aber die Anstellung von umgehören. Ah, nee, meine Anstellung macht gar keinen Sinn. Weil ich habe Danny und Chef beide verdächtigt. Aber wenn Danny jetzt auf Chef geht, macht es keinen Sinn mehr. Pass auf, ich sage euch warum. Ich bin mir nicht sicher, ich wollte Caruso fragen. Ist Caruso in Europa? Ja, Caruso ist weg. Nein, Caruso ist weg. Ah, Mann, weißt du jemand? Ist das eine Common-Task? Wir hatten oben in Cafeteria zwei Tasks. Einmal diesen Müll runter und einmal das da drüber. Ja. Und die Sachen da drüber? Nee, Common-Task mit Kabel und Karten. Ah, okay. Weil die Tasks da drüber hatten nur Danny und Chef. Und ich habe die Beobachter dachte so, ah, nur die beiden haben. Das ist ein... Ey, ich will by the way Tim Jackens hassen, weil der ist zu dem Download über Weapons hin. Eine Sekunde später ist er wieder weg. Nee, ich bin überhaupt da gar nicht. Ich will ganz kurz sitzen. Wie random ist das, was Danny einfach sagt? Ja, nee, 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 bro. Der Point ist... Ja, aber wenn Danny das gesehen hat... Nein, ich war nicht an den Camps. Ich war in Reaktor. Bro, ich... Hallo, Chef, lass kurz reden. Ich war in Reaktor. Ich war in Reaktor. Sollte Danny in der ersten Runde sowas behaupten, was ihn selber so übelst Hass macht, wenn es nicht stimmt? Jetzt hören wir zu. Weiss sagt, Danny war in Camps. Das stimmt. Ich war nicht in Camps. Ich bin in Camps reingelaufen. Nee, Reapers waren in Camps. Reapers. Reapers am Anfang. Reapers ist nicht Reaktor fixen gegangen. Reapers ist nicht Reaktor fixen gegangen. Ich glaube, dass Danny so einen Move machen würde in der ersten Runde. Ich würde Chef outen. Ja, Chef hat wirklich gewandet. Also, warte ganz kurz. Dann mache ich nichts. Das ist doch gar keiner gestorben. Ja, aber Chef ist gewandet. Chef ist gewandet. Das wäre easy. Das wäre Speedrun. Hör mir zu, hör mir zu. Lass uns Herr Strobel reden. Er wird doch beschuldigt. Es wird einfach random gebootet. Oh, ich weiß es nicht. Bro. Ich dachte, er hat gesagt, er ist in den Camps. Nein, ich habe auf jeden Fall Chef wenden sehen. Wer wendet denn auch? Boah, was ist das? Oh mein Gott. Ihr seid so lön. Rot, grün. Wer war noch? Ich glaube, Danny. Ich war es. Ach du Scheiße. Ich glaube, Danny auch. Wenn Danny stirbt, werde ich nochmal Chef woden. Du heilige Kacke. Nein. Es wäre ein Speedrun gewesen. Chef hat wirklich gewandet. Chef ist wirklich vor meinen Augen gewandet. Um es so sagen zu können. Okay, Double Kill. Wie gesagt, mein Guessing auf Chef war immer noch richtig. Aber Amai ist Retou. Wo liegt die Leiche? Wo liegt die Leiche? Wo liegt die denn? Warte, warte. Ich sag's noch nicht. Sag mir mal bitte erstmal, wo ihr seid. Chef Strobel ist ein Reaktor. Ich bin mit dem Reaktor. Ich bin mit dem Reaktor. Ich kann Danny decken. Ich war mit Simon in Storage. Ich kann Danny decken. Das macht seine Aussage von Chefs, wenn noch glaubwürdiger. Denn Danny war gerade in Admin. Dann ging der Kernreaktor los. Ich hab auf ihn gewartet, bis er fertig ist mit seiner Upload-Task. Dann sind wir durch Cafeteria und waren gerade so überhalb dem Gang von Mad Bay. Ja. Aber ich war auch gerade Reaktor. Ich weiß nicht mehr, wo die Leiche liegt. Und Chef, du hast auch das Leicht gefixt, ne? Ja. Ja. Also, nee, nee, nee. Reaktor hat Leicht gefickt. Ich bin gerade reingegangen zum Leicht. Aber erst doch ja. Ja, ich wollte gerade sagen. Reaktor ist aber schon da. Wie bitte? Amar, von wo kamst du denn Reapers? Von wo kamst du denn Reapers? Komm, mach kein Scheiß. Sag doch mal, ich hab doch die Leiche gefunden. Sag doch mal, wo kam es von oben oder unten? Amar. Wie ist die Leiche jetzt? Ja, warte. Sag doch mal ganz kurz Reapers. Erstens mal, ich habe Camps gefixt und ich habe Leichts als erster angemacht. Sag doch einfach. Also, die Leiche ist, die Leiche ist O2 im Gang zu Weapons. Ja, von wo kamst du? Also, oben. Ich kam von unten. Ich kam von Shields. Okay, gut. Also, das ist ein bisschen, weil ich bin mit Trimax hochgelaufen, tatsächlich. Von unten Shields zusammen. Ja, hört sich das also an, als wären Reapers und Chefs zusammen rumgelaufen? Und haben WK gemacht? Ne? Nein. Das ist einfach... Das ist viel zu hart. Das ist schon wieder einfach so... Reapers ist fast, weil er in Navigation ist. So. Ja. Ich komme von unten, ich könnte für euch auch fast sein. Das ist mir scheißegal. Ähm. Und der zweite Kill kann auch ganz woanders passiert sein. Die Sache ist... Aber warte, ich hab grad gar nicht gehört. Wo liegt der erst mal die Nummer? Die Sache ist... Ich weiß es nicht. Hört mir kurz zu. Hört mir kurz zu. Danny kann ich zu 100% für diesen Kill ausschließen. Und Danny hat eben gesagt, dass Chef gewandet ist. Es kann nur Chef auf jeden Fall safe Imposter sein. Ich glaub Danny immer noch. Ich glaub Danny immer noch. Er wurde beim Wenden erwischt. Er wurde beim Wenden erwischt. Er wurde beim Wenden erwischt. Ja, er wurde beim Wenden erwischt. Warum wollen wir vor Danny einfach wenden? Was ist das für ein... Bro, weil du einfach den Button gedrückt hast. Ich weiß selber nicht, was da passiert ist. Das ist einfach random. Es ist einfach random. Es ist kein Kill in der ersten Runde passiert. Es ist random. Aber hast du gewandet? Hast du gewandet? Hast du gewandet? Hast du gewandet? Ganz ehrlich. Oh mann, Alter. Ich lauf nicht mit Fabo. Ich lauf mit Simon Gionge. Ich sterbe nicht im Unger. Ich war doch unge. Ah Simon, wir haben doch keine Zeit mehr. Will ich mit Amar mitgehen? Wichtige Info. Wichtige Info. Amar ist zu 100% Crew. Ich musste für ihn warten vor der Scan-Task. Hast du dann noch gescannt, Simon? Ich habe danach nicht mehr komplett gescannt. Ich kann auch noch scannen. Ich kann auch noch scannen. Sehr gut, sehr gut. Also ich wollte scannen. Dann ist aber Alarm losgegangen. Dann sind wir zu dritt losgelaufen. Ich bin runtergegangen. Reapers hinterher. Aber dann war Fabo schon ausgeschaltet. Ich bin mir nicht sicher. Die Sache ist, ich glaube nicht, dass Reapers ist. Aber einer ist gestorben. Ich kann auch nicht Reapers sein. Waste ist gestorben. Wer ist mit Waste gelaufen? Waste ist gestorben. Ach, es ist jemand gestorben? Ja, Waste ist tot. Wir können es gar nicht gewesen sein. Wir vier, die da gerade Mad Bay waren. Wir vier, die da gerade Mad Bay waren. Wo wart ihr alle? Tim, wo warst du? Wir waren zu viert. Mad Bay. Tim Jacken und wer noch? Fabo war aber nicht da. Fabo war nicht bei uns. Ich bin jetzt gerade Storage, weil ich Admin ausmachen wollte. Fabo und Tim Jacken sind es wunderbar. Ich habe getankt und habe dann direkt den O2 gefixt in Admin. Ich bin doch schon Chef raus. Ja, Chef. Aber wer war es jetzt? Fabo, was hast du gemacht? Getankt und dann... Kann es dann bestehen, dass Fabo O2 gefixt hat? Ist doch schon egal. Wir skippen jetzt. Und alle, die jetzt noch den Scan-Task haben, Ich habe keinen Scan-Task. Ich habe da nur mein Glas. Das ist the point. Danny, glaube ich eh. Du bist raus. Fabo, du gehst als erstes rauf. Du hast gesagt, du hast ihn noch. Aber wir machen doch keinen Mad Bay-Scan. Das ist doch mega weird. Nee, das machen wir nicht. Nein, nein, das macht man nicht. Nein, nein, nein. So, ich habe das obere O2 gefixt. Warte mal, Reapaz. Wen kannst du zu 100% proven, dass das nicht ist? Danny, aber ohne. Oder? Wir fangen mit Mad Bay. Aber Reapaz, du wachst da nicht Mad Bay mit, oder? Doch, hab Gläser gemacht. Bin wieder hoch, wollte nach links. Stimmt, 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 stimmt. Ich hab Gläser gemacht. Hey, dann ist das Fabo oder Tim? Dann ist es Fabo oder Tim. Ich hab's für das Fabo. Ich hab's für das Fabo, weil Fabo kaum was sagt. Und Fabo denkt, ich klingt komisch. Ich hab Heiztas auf Tim. Und Simon, Simon, ihr wart ja O2. Simon, ihr wart ja O2 in Admin. Ich hab's für das. Danny, du bist so blöd manchmal. Fabo. Dann mach's durch. Es kann wirklich sein, dass es nicht war. Dann ist vorbei, Alter. Dann war's Danny. Wenn ich mich verpiss, Reapaz gib mir mit. Es dependet jetzt, wer died und wer nicht died. Boah, das ist grad echt hart, man. Der hat echt geisteskrank hart. Okay. Ich weiß es, ich weiß es. Was erzähl? Hab's keins gesehen. Er wollte auch grad über Emergency gehen. Wir haben nur zwei Leute verdächtigt. Der eine von denen, die verdächtigt wurde, ist tot. Ja, also ich hab, bevor ihr wartet, bevor ihr wartet. Warte, ich stand die ganze Zeit. Bevor ihr wartet, bevor ihr wartet, wartet doch, Leute. Also. Fabo ist in Mad Bay reingelaufen. Und Fabo ist es nicht gewesen. Ist ja logisch, er ist jetzt auch tot. Danach hab ich gescannt. So, dann war's dunkel. Und alle sind um mich rumgelaufen. Weil Tim Jacken auch mit dem Raum war. Das war sehr sus von Tim Jacken. Aber. Wieso war denn trotzdem noch bei euch bleiben? Ja, ich sag trotzdem noch nach wie vor. Dann ist es ja genauso sus wie von dir, weil du bist auch in mir stehen geblieben. Aber. Ich sag noch nach wie vor. Bevor wir jetzt einfach Tim voten. Es könnte immer noch Reapers sein. Ja, true. Weil Reapers hat auf der Instant gevotet halt. Ja. Ich hab ihn halt auch in Cam gesehen, Bro. Was soll ich sagen? Warte, warte. Wo liegt die Leiche? Weapons. 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 Wo, ne? Da hab ich's halt gesehen. Was ich aber confirm kann, Reapers kamen aus Camps rausgelaufen. Bevor alles jetzt passiert ist. Ah, er kam aus Camps rausgelaufen. Ja, er kam aus Camps rausgelaufen. Deswegen kannst du ja nur Tim sein. Weil wir alle ganzen zusammen waren. Ich stehe in Admin. Ja gut, aber ich hab's auch an Camp gesehen, Bruder. Wenn es Tim nicht, wenn es Tim... Dann müssen wir Reapers machen. Ja. Dann müssen wir Reapers machen. Dann... Dann müssen wir schnell. Dann müssen wir schnell sein. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Oh, wie fast. Oh, oh. Jetzt hab ich Angst. Ihr kleinen Mixer. JJ. Nice, GG. Ah ja, so unlucky, dass du sofort so trug bist. Easy win. Das Problem ist, ich wollte einfach nur laufen. Und es ist mir gar nicht über Ongel passiert. Ich hab einfach auf dem Band gekriegt. Ja, so dumm. Wir werden so dumm. Vor allem dann noch diese Ausrede. Mann, wärst du dumm. Wir wenden die erste Runde. Aber Danny, du hattest recht. Ich hab zu viel geredet. Ich weiß. W-A-T-L-E-T-I-S-A-T-I-L-T-M-A-T-I-G-E-A-T-I-A-T-I-A-T-I-A-T-I-A-T-I-A-T-I-A-T. Vielen Dank.